Moin Leute! Herzlich Willkommen zurück zu Minecraft Wolves! Yo, es geht weiter mit Minecraft Wolves. Wir wollen ja dabei unser Haus fertig zu bauen. Unser Dach. Das ist uns schon sehr gut gelungen. Ich mach noch mal ein bisschen mehr Holz. Nochmal mal die Hälfte. So. 26 sollte eigentlich ausreichen. Es sei denn, wir haben nur noch ein bisschen Holz übrig. Dann läuft das Ganze. An den Seiten müsste man auch noch machen. Also ich verbraten das ganze Holz. Jetzt zack. Dann war... So. Stacks sollte erstmal reichen. Oder machen wir nochmal hier die ein. So. Los geht's. Auf unser Dach. Ähm. Und da waren wir ja dabei. So. Hier die Stelle hier zu machen. Die werden wir jetzt auch hoffentlich heute fertig bekommen. So. Das wird hoffentlich kein Problem sein. Ich hoffe es. Ähm. Da oben wird ja die Plattform sein. Für später. Ich muss noch mal gucken was da oben hinkommt. Also ich hätte eigentlich geplant Solarzellen. Äh. Ich muss noch mal gucken wie ich das genau umsetze. Denn mit den ganzen Kabeln und so. Das wird nicht einfach sein. Ähm. Ich habe auch nochmal geguckt mit dem Teleporter. Das habe ich leider nicht... Ach. Wie ist Laberchen da? Ich habe es eben nicht geguckt. Äh. Ich bin nämlich gerade im Fortproduzieren. Ich muss gerade im Fortproduzieren. Weil ich es sonst mit den Folgen nicht schaffe. Äh. Die hochzuladen. Denn ähm. Ich spreche ja über meinen Laptop. Und der ist sonst die ganze Zeit in Betrieb. Äh. Also eben eine Utzung von jemand anders. Ähm. Und dann kann ich den halt selbst nicht nutzen. Deswegen muss ich den jetzt durchgehend nutzen. Ich habe jetzt eine Stunde Zeit. Und äh. Deswegen bin ich gerade ein bisschen. Deswegen. Äh. So nicht auf ganz. 100%. Da müsst ihr nochmal. Ich hoffe ihr habt dafür Verständnis. Ähm. So. Dies. Kommt mal weg. Das ist falsch. Nur nochmal hier ganz schnell hoch. Jetzt ist es da dran. Und da dran. Und da dran. Und da dran. So. Perfetto. Ist aber noch nicht ganz perfekt. Denn jetzt kommt das von unten dran. Und jetzt sieht das nämlich schon viel schöner aus. Von einer Art Hexenhaus, ne? Boah. Krass. So. Glas. Kommt da oben natürlich auch rein. Die kommt natürlich eine obere Etage rein. Muss ich mal gucken mit der Treppe. Ob ich hier eine Treppe mache. Oder eine Leiter. Ich glaube ich bin mit der Treppe. Ja. Moment. Mal hier oben. Vielleicht kann ich das schon mal machen. 1, 2. 1, 2. 3. Ne. Das war falsch. Hä? 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 Das hab ich ja gerade gehört gemacht. Ich hab das gerade oben. Ich hab das gerade oben. Oh. Ach. Äh. Mach. Na egal. Ähm. Dann kommt jetzt hier. Zack. So. Und jetzt müsste dann hier. Boah. Das sieht so scheiße aus. Ey. Scheiße. Wie soll ich das machen? So. 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 Ist ja auch doof. Äh. Wie mach ich das denn? 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 So. Und so. Aber dann bin ich hier unten. Also. Keine Ahnung wie ich das jetzt machen soll. So. So. Jetzt machen wir. Zack. 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 Und dann kommt jetzt hier so hin. Oder ich mach nur eine Treppe. Das gibt's hier natürlich auch. Das ist viel weniger Platz weg. Sagen wir. Wir nehmen jetzt hier diese Treppe. Nein die auch nicht. Wir nehmen jetzt hier diese Treppe. So. Ähm. Oder wir machen so eine Wände. So eine Wandtreppe. Das geht natürlich auch mit den Scheibenen. Sagen wir. Ach. Böde Fackel. Machen wir mal das so. Dann kommt's. Hier der Block hin. So. und dann die Treppe. Perfekt. Da kommt da der Boden drauf. Perfekt alles. Und dann haben wir unsere schöne, schöne Treppe. So. Was jetzt hier auch noch drauf kommt, ist das. Und dann kommt das wieder da drauf. Vielleicht kommt dann hier auch nochmal eine zusätzliche Treppe in den Keller. Keine Ahnung, was dann da oben ist. Auf jeden Fall werde ich, glaube ich, hier oben ein Lager machen. Echt, oben ein Lager machen. Keine Ahnung. Auf jeden Fall mache ich jetzt erstmal hier ein paar Stufen. So. Da steht auf jeden Fall fest. Machen wir mal hier das Ganze hier. Ich muss das Ganze mal hier ausfüllen. So. Machen wir einfach mal hier einen schönen Boden rein. Aus Treppen. Nach Stufen. Nimm es auch wenig Platz weg. Sieht genauso von oben aus. Von unten sieht es auch schöner aus. Die Fackel muss dann leider weichen. Tut mir leid, Fackel. Du kommst woanders hin. Die da nicht. Aber dort kann nichts hingesetzt werden. Weil da ja natürlich die Treppe ist. Und das war auch falsch. Und dann kommt da so hin. Ich glaube, hier mache ich noch mal einen Stamm hin. Also jetzt hier ich verstehe schon. Hier den Schüssel hier habe ich überhaupt noch. Ne habe ich überhaupt gar nicht mehr. So, jetzt muss noch mal einen Baum fällen gehen. Ach, lohnt sich es mehr einen ganzen Baum zu nehmen als äh, sonst so. Gerne Ruggler. Warum auch immer. Obwohl es ziemlich flüssig läuft. Das finde ich gut. Gut, ob die Hälfte des Rams oder noch ein bisschen mehr. Das finde ich gut. So. Für die Leute, die sich damit auskennen, haben jetzt auch nur gewusst, was ich labere. Aber das ist eh nicht so wichtig, was ich labere. so und so würde ich dann sagen. Haben wir hier so was Schönes. Wir haben hier so einen Schlang, wo man hier so rumgehen kann. Machen wir hier Fackeln dran. Dann ist es auch schön beleuchtet. So wie hier. Na? Äh. Und die muss auch weg. Aber hier ist es eh hell genug drin. So. die Stufen können wir vielleicht einfach was anderes nutzen. Wenn es nur die Aua in der Chissel tun kann. Stimmt. Ne, kann man nicht. Tut mir leid. Das geht nicht. Egal. Tun wir schon mal in die Kiste. Die Treppen brauch ich glaube ich nur noch. Ähm. Lieber zu viel als zu wenig. Ich spack jetzt mit meiner Maus rum. Hier muss ich noch machen, ne? Ja. Also muss ich da nochmal hoch. da am besten. So die Erde kommt schon mal weg. Das Glas kommt da natürlich auch später rein. Ähm. Klar. Aber Boah. Maus. Ich glaube ich stecke dich nochmal neu ein. Äh. Klotz. Kurz weg. Äh. Ich bin auch da. Ich bin auch da. Ich bin auch da. Ach. Ich krieg diese Maus da nicht raus. So. Und jetzt. So. Jetzt müsste eigentlich wieder alles gehen. So. Bin wieder da. Tut mir leid. Das musste leider sein. Und jetzt geht's weiter. Äh. Wo ist die in die Spinne? Ja. Bam. 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 Tot. So. Wieso nochmal das Dach machen? Da haben wir hier noch nicht. Zack. Dann hier. So. Und da hat er glaube ich gerade den Maustreiber neu installiert. Läuft bei dir. So. Jetzt sieht's schon so fertig aus. Ist aber noch nicht. Denn hier fehlt noch so, so und so. Ähm. Das Glas bekommt dann dahinter. Das heißt ich muss mal ein bisschen Glas brennen. Ich glaube in diesem auch ein bisschen mehr. Denn Scheiben funktionieren dann nicht. Auf jeden Fall will ich auch gar keine Scheiben nehmen. Äh. Nehmen wir mal 16. Ne nehmen wir auch schon mal ruhig mal 32. Das heißt für uns vier Kohle. Also noch 1, 2, 3 und dann ist es voll. Zack. Zack. Nein. Zack. Scraprops. Ja. Die wollen wir im Moment doch nicht haben. So. Ähm. Diesen ich finde das für Klopft was uns im Moment nicht interessiert. So. Dann nehme ich mal die Hälfte von und dann mache ich eben mal so. Nehme ich hier auch noch mal die Hälfte von. So. Das sollte nicht reichen. hier. Was ist einfach noch mal eine Kohle drauf. Hier ist ein bisschen schneller. Das erste Glas können wir rausnehmen. Das auch noch mal ein bisschen. Das war noch mal was. Fangen wir schon mal an. Ähm. Hier brauchen wir kein Glas. Hier fangen wir an. Hier brauchen wir auch keins. Also nur da wo man was sehen kann. So. Dann sieht das schon mal richtig gut aus. Perfekto. Äh. Da. Da passt das irgendwie nicht weil das asymmetrisch ist. Doch da. So. Da kommt jetzt irgendwie nee das sieht scheiße aus. Das sieht sowas von scheiße aus. Oder kann ich den in die Schüssel legen? Nee. Den Sand? Nee. Die Treppen? Nee. Das Steak? Nee. Aber die Fackeln. Aber die interessieren uns ja nicht. Die Äpfel? Nein. Schaufel? Schwert? Egal. Ähm. Dann kommt da auf jeden Fall wieder ein Block rein. Hä? Alter. Okay. Lauf bei uns. Ähm. Den hole ich jetzt nicht wieder. Bin ich zu faul zu. So. Machen wir hier zu und hier zu. Das reicht genau für beide Seiten. Wenn ich jetzt nichts falsch mache. So. So. Das sollte reichen. Dann sagen wir jetzt so. 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 Dann zack und zack und es ist fertig. Machen hier Fackel. Hier Fackel. Das hier weg, weil es scheiße aussieht. Und ich glaube, ich lege die Fackel mal hier rein und mache Kerzen. Ja. Kerzen. Das sieht schöner aus. Mache genauso viel Licht. Das sieht schöner aus. So. 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 Kann nix spawnen. Zack. Zack. Und dann noch die letzte. Perfekt. Es ist genau aufgegangen. Haben wir wieder acht Fackeln dazu. Müssen wieder ein Steak essen. Und ja. Perfekt. Gut. Da fangen wir schon mal an. Hier den Keller zu bauen. Müssen wir hier so einen Eingang machen. Ja. Müssen wir jetzt hier kommen wieder unsere Schaufel. So. Dann hier wird ein Block bleiben. Hier wieder Treppe. Geht trotzdem noch tiefer weil ich kann. Nee weil keine Ahnung. Aber ich hoch kein Problem. Und da ist auch kein Problem. Perfekt. So. Dann haben wir das hier schon mal. Und wird hier später unser Keller entstehen auf Höhe 59. Und ja. Das Glas ist fertig. Zack. Da rein. So wie der Sand. rotieren. Äpfel. So. Ich weiß im Moment wird viel gebaut. Aber tut mir leid. Das muss leider sein. Vielleicht werde ich jetzt hier so eine Art Laborzeug machen. Ich weiß es nicht genau. Ich gebe es hier aber mal ein. ist hier so eine Art Labor wird. So ein Maschinen Experiment Raum mit so coolen Blöcken. weiß ich genau wie die heißen aber ich habe da schon eine Idee. Das interessiert bei allen das nicht. Lauter Gürbisse. Das ist toll aber das interessiert uns nicht. Die richtigen Blöcke fehlen hier. Denn die finde ich hier nicht. Leider. Boah Scheiße. finde ich nicht. Die sind aber super geil. Und bei dem kann man richtig gut in der Bohr bauen. Aber ich glaube hier funktioniert das nicht. Schade suchen uns mal andere Blöcke. Hier sind auch ziemlich andere coole Blöcke. Das hier sieht richtig behindert aus. Nein. Was gibt es denn hier so ist alles zurück 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 tut mir neid. Da hier diese Factory Blocks hier sind sie doch Factory Block wie geht der denn Oh da kann man 32 draus Perfekt So und gerade noch mal ein bisschen Stein und das war's Ich hab kein Koppel zu ne ist es euer Ernst ne da hab ich noch welches perfekt Koppel hier macht ein 64 Stack also so und zack Ich glaube man braucht nur 4 und 4 Eisenbarren hier gibt es 8 Eisenbarren nur noch 3 übrig so Kohle da rein so ähm die Stufen also die Treppen kommen da auch rein und jo dann fangen wir gleich schon mal an hö nein da ist ein Creeper abbauen wo ist ein Creeper wo ist der ich seh ihn nicht hä da ist er ist es der nein da steht er oh Gott komm der ist down nein oh scheiße egal das Loch interessiert mich jetzt nicht ich will nur die Erde einsammeln erde gierig aber nichts nicht ausgeben so mal neue Äpfel pflücken der ist ja super der Baum Äpfel von Palm Service Craft haben wir hier eine Apfelfarm ist ja super also äh alles wieder in Ordnung so können wir wieder also wir können jetzt hier schon mal in der Zeit der es brennt weil es eh schon fertig ist eigentlich durch die Creeper Sache können wir hier schon mal unsere Wand schon mal ein bisschen machen ich weiß es ist eigentlich jetzt irgendwie total unnötig weil der richtige Raum eigentlich fehlt äh aber das interessiert mich gerade überhaupt nicht das könnte jedem erzählen aber nicht mir so machen schon mal zwei Stacks also ein Stack gucken wir da raus Factory Block so und mit dem können wir jetzt auch wieder hier reingehen und da kriegt man richtig coole Sachen raus zum Beispiel den hier das ist richtig cool als Warnung irgendwie weil es sich auch richtig cool an ihn zu setzen ähm was gibt es hier noch es gibt hier natürlich noch in einer anderen Farbe es gibt hier aber noch den hier daraus kann man richtig geile Sachen machen also die sehen richtig heftig aus ich würde sagen die braunen Dinger werden wir alter die werden wir als Wand und der kommt als Wand der hier kommt als Wand so der sieht so Hammer aus und die sind auch so billig zu craften also nee da kommen da nicht hin das wäre Verschwendung da kommt ja da hin so und dann jetzt hier zack zack so jetzt kommt der da hin also so machen wir mal das gleiche machen wir das gleiche nee da nicht da kommt das hin ähm dann müsste das eigentlich auch noch da hin machen wir hier nochmal einen kleinen Ring von Holz ich glaube das sieht ganz ganz cool aus so dann fehlen uns immer noch drei hier können wir den Baum uns nehmen und sind wir auch schon an der Ende der heutigen Volk angekommen der Maschinenraum wurde schon auf jeden Fall angefangen oder ich nenne es auch Labor der ist schon angefangen aber trotzdem wir haben trotzdem ziemlich viel geschafft so haben zum Beispiel auch mal mehr Essen haben wir unser Dach gefertigt mache unsere Tappe hier ähm ich gehe in Auslande was ich glaube ich mal der ist super toll ähm dann hier das sortieren wir auch mal die Factory Blocks haben wir den Chisel unser Haus nee das war unser Haus schon vorher äh sorry Leute ich bin gerade irgendwie ein bisschen ein bisschen dumm äh auf jeden Fall ich gucke noch einmal für welchen Block wir als Boden benutzen denn das ist auch ganz wichtig den hier der sieht auch unglaublich aus den nehme ich glaube ich hier als Wand für die Kabel weil der sieht so heftig aus würde mit der Wand nicht richtig dazu passen ähm der hier der sieht noch heftiger aus ähm so als alte Luftschächte sehen irgendwie aus so die sehen scheiße aus den hier könnten wir so alle Blöcke mal machen oder den ganz normalen Standards eh das passt ihm zur Wand nicht ich will das jetzt auch ganz schnell machen das hier passt auch nicht und das ich glaube ich nehme wirklich den hier ja diesen Block hier den nehme ich dann als Boden ähm die hier als Wand wie gesagt und dann ja die Folge ist vorbei Leute wenn es euch gefallen hat dann bewertet bei den beiden Daumen unter dem Video und dann ja bis zum nächsten Mal Leute Tschüss bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal